Eine Forschungsstation auf Noveria wurde zerstört. Der genaue Grund dafür ist bis dato noch nicht bekannt. Angesichts der auf Noveria durchgeführten Forschungen geht man davon aus, dass die Zerstörung auf ein fehlgeschlagenes Experiment zurückzuführen ist. Administrator Anoules wird als Resultat der Katastrophe einiger Verbrechen angeklagt. Allerdings liegen uns diesbezüglich noch keine genauen Informationen vor. Und da sind wir immer mit involviert. Ach ja, und die Meldung von der letzten Folge, wo ich, ich weiß nicht, ob ihr das noch mitgekriegt habt, da ist eine Meldung hier angesprungen, als ich die Folge beendet habe. Und das ging um ein zerstörtes Labor mit einer KI und dass da jetzt das eben untersucht wird, was denn da vorgefallen ist. Es war also höchstwahrscheinlich auf dem Erdenmond das, was wir da kaputt geschossen haben. So, und nochmal ein schnurzliches Willkommen zurück bei Mass Effect. Und die Andock-Bucht ist in der Sicherheitsakademie gewesen. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Tja, da haben die Entwickler wohl ein bisschen Scheiße gebaut hier, hä? Upsi. So, erstes Ziel ist wieder Noveria. Aber erst speichern wir mal hier. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Ich mag das eben. nicht, wenn mich irgendeiner anbatscht. Ah, komm, ich brauche ein Interview. Einfach so. Nö. Würde Mika tatsächlich auch direkt so nicht wollen. Er steht nicht gerne dermaßen in der Öffentlichkeit. So, einmal nach Noveria. Wir müssen nochmal mit dem... Wie hieß der? Vargus? Müssen wir nochmal versuchen, diesmal zu überzeugen und hoffen, dass es diesmal klappt. Dass wir diese Quest abschließen können. Du, 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 du. Sie kamen eben über den sicheren Kanal rein. Shepard, hier spricht Admiral Kahoku. Ich habe herausgefunden, wer meine Männer in die Falle gemacht hat, die die vom Dreschlund getötet wurden. Ah. Verdammt! Hoffentlich erhalten sie diese Nachricht. Ja. Das war eine Gruppe namens Cerberbus. Eine Geheimorganisation der Allianz. Streng geheim. Allerhöchste Sicherheitsstufe. Okay. Sie verschwanden vor einigen Monaten. Waren einfach weg. Niemand weiß, wo sie hingegangen sind oder was sie vorhaben. Sie sind völlig durchgedreht, Shepard. Sie führen illegale Experimente durch und versuchen eine Art Supersoldaten zu erschaffen. Ich habe keine Beweise, aber ich habe die Koordinaten einer ihrer Forschungswelten gefunden. Ich schicke sie ihnen mit dieser Nachricht. Sie sind völlig außer Kontrolle. Jemand muss sie aufhalten. Ich habe meinen Teil getan. Jetzt liegt es an ihnen. Alles klar. Das ist wahrscheinlich meine letzte Nachricht an Sie, Shepard. Cerberus ist hinter mir hier. Ich muss verschwinden, bevor sie mich finden. Alles klar. Ah, ist das... Ne, ne, Mazook. Ist das übrigens diese Questreihe, wo du meintest, dass die sich noch freischaltet irgendwann? Weil das war doch dieser Typ, oder? Das müsste doch der gewesen sein. Okay. Dann schauen wir mal, ob wir den Guten... hier diesmal überzeugen können, müssen wir vorher aber dringend wieder abspeichern für den Fall, dass wir es doch wieder verbocken. So, wen nehmen wir denn mit? Nehmen wir mal die zwei Mannequins mit. Die sind eh alle so misstrauisch und mögen uns nicht. Schubidum, Schubidum. So, jetzt muss ich erstmal wieder die Stelle finden, wo der überhaupt rumsteht. Oh, hör auf zu ruckeln hier. Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum. Geschäftsfrau. So, irgendwo müsste das hier gewesen sein? Das ist die Garage, Plaza, Fahrstuhl zum Hotel. Ah, ich glaube, im Hotel war das, ne? Ja. Das könnte im Hotel gewesen sein. Ähm. Wow. Schön, wie man hier durchkommt, ne? Ganz toll. Lalalalalalalala. Kann ich denn eigentlich... Naja, abtrünnig, geht so, ne? Geht gerade so. Ja, da ist das Ausrufezeichen. Wir sind also, glaube ich, auf der richtigen Spur. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir es jetzt hinkriegen. Jetzt bin ich gespannt. So, einmal spüchern, please. Wo waren wir stehen geblieben? Ich kann Ihnen diese Verbesserungen für 30.000 Credits pro Kopf besorgen. Bei einem Großauftrag lege ich noch ein Paket zur Wahrnehmungsverbesserung dazu. Garantierte 25.000. Immer noch nicht. Und ein Gehör von 12.000 bis 22.000 Hertz. Immer noch nicht. Tut mir leid, aber ich muss einen Anruf entgegennehmen. Schon wieder. Entschuldigung. Sicher. Weißt du, jedes Mal kommen wir an, sprechen ihn an und jedes Mal kommt ein Anruf dazwischen. Seltsam, oder? Okay, den Scheiß können wir immer noch nicht machen. Keine Ahnung wieso. Oh, ist das ätzend. Was für... Wie weit muss ich denn da fortgeschritten sein, dass das funktioniert? Das ist ja unglaublich, ey. Okay, dann hat sich das erledigt. Dann gehen wir zurück auf unser Schiffkin. Schnappen uns Rex und Garrus und machen dann deren Quests. Und wenn wir dann hier das durchgekaut haben, machen wir mit der Hauptstory dann weiter. Klingt nach einem guten Plan, finde ich persönlich. Fahrstuhl. Und langsam kriege ich Hungär. Bin aber bald fertig mit der Aufnahme. Noch gewissermaßen eineinhalb folgen. Und dann mache ich mir was zu essen. Was Leckeres zu essen. Hä? Ach da. Ich dachte schon, ich hätte mich gerade voll verirrt. Ich denke mal, ja. So, Leute, ihr seid mich schon wieder los. Ich muss halt ab und zu mal nachschauen gehen, ob ich diesen Panzer hier zum Knacken bringe. Dauert aber wohl noch eine Weile. Oh, falscher Eingang. Warum ist hier, warum ist hier so ein Eingangsding? Ach so, das ist eine andere, ein anderes Andock-Ding. Ich verstehe. Okay, dann eben von hier. Wow. Was war das denn? So, das war mal komplett für den Arsch hier gerade. Aber was soll es? So, schauen wir mal. Steht da dabei. Bereich der Koordinaten. Gau, es hat ihren Koordinaten. Letztes Mal auf und das Wort. Begeben sie sich in das Herschel-System. Im Kepler-Randsektor. Das Herschel. Herschel. Das Herschel-System. Schön, dann schauen wir mal. Das nach dem Herschel-System. Ähm. Stix. Armstrong. Voyager. Nie. Äh. Äh, Moment. Warte. Warte. Äh. Begeben sie sich in das Herschel-System im Kepler-Randsektor. Kepler-Randsektor. Äh. Kepler-Rand. Äh. Voyager. Armstrong. Sentry. Kepler-Randsektor. Da haben wir es noch. Newton. Herschel. Gut. Aber wir gucken uns erst das andere an. Ne? Aufs Prinzip einfach. Damit wir das dann abgeschlossen haben. Und damit wir das dann abgeschlossen haben. Und da bin ich mal gespannt. Was da kommt. Entschuldigung, ich muss inzwischen durchgehen. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Hätte mich ja gewundert, wenn es anders gewesen wäre. Ich erhielt einige beunruhigende Informationen, Commander. Wir brauchen Ihre Hilfe. Jemand bringt frühere Allianz-Wissenschaftler um. Es hat im letzten Monat vier Todesfälle gegeben. Okay. Früherer Wissenschaftler. Das klingt, als gäbe es da ein Projekt, das jemand gern geheim halten möchte. Alle vier Wissenschaftler haben an einem Geheimprojekt auf Akkuse gearbeitet. Dort fand vor einigen Jahren ein brutales Massaker statt. Eine ganze Einheit wurde von Dresch-Schlunden getötet. Es wurde als Naturkatastrophe eingestuft. Aber die Projektdaten fallen mit den Angriffen zusammen. Das kann kein Zufall sein. An dem Projekt war noch ein weiterer Wissenschaftler beteiligt. Dr. Wayne. Ich übermittle Ihnen seine letzten bekannten Koordinaten. Viel Glück. Fünfte Flotte Ende. Oh nein. Ich habe keinen Bock auf eine Knüppelei mit Dresch-Schlunden. Unterrom. Sesmose. Clancory. Junkro. Junkro ist ein typischer Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant, in dessen oberen Atmosphären-Schichten sich Spuren von Chlor und Natrium nachweisen lassen. So wie Uranus in unserem Sonnensystem ist er zur Seite geneigt, sodass sein Nordpol vom Stern Newton zugewandt ist. Dem Stern Newton zugewandt ist. Gasvorkommen entdeckt sind Wasserstoff. Oh, der hat nur vier. Ah, hier kann man landen. Das machen wir gleich. Clancory. Clancory. Oder Clancory. Was weiß denn ich? Ist ein Fels- und Eisplanet mit einer Atmosphäre aus Chlor und Argon. Die Permafrost-Oberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus Kalium mit vorkommendem Eisen. Clancory schuldet seinen Bekanntheitsgrad dem exzentrischen Volus-Milliardär Kumun-Schol, der Anspruch auf den Planeten erhebt. Er behauptet, er sei in einer Vision von einem höheren Wesen der Auftrag erteilt worden, auf Clancory nach dem verlorenen Grüften der Lichtwesen zu suchen. Diese Wesen seien angeblich zu Anbeginn der Zeit geschaffen worden, um das organische Leben vor synthetischen Maschinenteufeln zu schützen. Zwei Jahrzehnte lang hat Chlor an der toxischen Oberfläche Clancory's unter großen Kosten Ausgrabungen unternommen. Keine der Regierungen hat dieser Welt genug Bedeutung beigemessen, um seine kleine Söldnerarmee zu vertreiben. Um Matriarchen in Schriften. Und Sesmosae ist ein Eiszwerg, dessen Oberfläche fast vollständig aus gefrorenem Wasser besteht. Normalerweise würde sich ein derartiger Kleinplanet nicht für einen Eintrag auf der Systemkarte klassifizieren. Aber Sesmoses ungewöhnlich großer und schöner Eiskristallring hat ihn zu einem beliebten Motiv Bilden der Künstler gemacht. Der Ring ist das Ergebnis eines äquatorialen Einschlags, der einen großen Graben hinterlassen und eine enorme Menge geschmolzenen Wassers in die Atmosphäre geschleudert hat. Die Ringe stellen ein temporäres Phänomen dar, das in ein paar tausend Jahren vollständig verschwunden sein wird. Ah, das ist dieser Eisring. War das echt nur noch das bisschen hier? Gut, dann Onatrom. Obgleich Onatroms Oberfläche unangenehm heiß ist, machen seine Stickstoff-Sauerstoff-Atmosphäre und seine vielen seichteren Meere ihn zu einem idealen Kandidaten für die Kolonisierung durch die meisten bekannten Völker. Nach der Vereinigung des Systems ist leider eher anmählich der Mond tonals instabil geworden. Durch seine Nähe setzt er eine Schwerkraftkopplung ein und bei seinen Kreuzungen durch das Magnetfeld Onatroms werden zunehmend kräftige Gewitterstürme verursacht. Einige haben den Einsatz von Masseneffektantrieben angeregt, um den Mond leichter zu machen und seinen Orbit zu korrigieren. Aber angesichts des Ausmaßes eines solchen Projekts, Zehntausende dieser Antriebe, die so viel kosten, dass es die Regierung sämtlicher Zitadellvölker in den finanziellen Ruinen treiben würde, erweist sich diese Idee als Hirngespinst. In einer viele Völker umfassenden Aktion bemüht man sich, die einzigartige genetische Vielfalt Onatroms pulsierender junger Biosphäre zu katalogisieren und zu bewahren. Die Allianz wird bei diesem Unterfangen von Exogeni und Hayvan Genomics vertreten. Gut, da landen wir jetzt, gucken, was wir da haben. Wir nehmen schon mal die zwei Guten mit. Und dann schauen wir mal, was hier unten abgeht. Oh, hier ist grün, ne? Knack, danke, lieber Kühlschrank. So, wir sind hier. Das heißt, Untergrundeinrichtung. Oh, Trümmer. Gut, das heißt, wir gehen nach und nach alles ab, so wie wir es kennen. Und hoffen, dass uns hier keine Dreschlünde in den Jordan befördern. Alter! Da dreht sich die Schildkröte fast auf den Rücken hier. Ah, oh, ah, uff. Ach, so. Ach, schon besser. Hui, jup. Ach, guck, da unten. Bäh! Was ist das denn? Was sind das denn für Viecher? Wenn er auf, ach so, auf ebenem Terrain geparkt ist. Hä? Was zum Teufel sind das denn für Dinger hier, Alter? Ist ja widerlich. Bäh! Sind das Nester? Oh, thurianische Leiche. Oh Gott. Äh, schnell durch. Thurianische Insignien. Und wieder eine Menge Geld. Äh. So, dann haben wir hier einmal Trümmerteiler oder whatever. Kämpf dich nach oben! Mir fehlt hier so ein bisschen die Hupe. Die Motivationshupe. Ach. So. Uff. Yeah. Pfft. Was war das denn? Yeah. Yeah. Äh, tschö. Was macht das Ding denn da? Sag mal. Alter, jetzt fahr doch mal gerade. Danuf. Du schaffst es. Ich glaub an dich.